Herzlich willkommen an der Bahnhofstraße 24 in Talwil. Hier befindet sich die Gemeinschaftspraxis von Lukas Büchi, Rosi Heller und Anne-Maria Gehrig. Ziel des dreiköpfigen Teams ist es, Menschen in schwierigen Lebensphasen zu beraten und zu begleiten, aber auch Menschen zu begegnen, die einfach nur eine Stunde genießen und sich entspannen möchten. Einen Teil der Kosten wird durch die alternative Zusatzversicherung der Krankenkassen übernommen. Polarity vereinigt neueste Erkenntnisse der westlichen Medizin mit traditionellen Heilmethoden des Ostens. Es ist ein Gesundheitsmodell, das sowohl die physische wie auch die energetische Ebene in den Heilungsprozess mit einschliesst. Die Polarity-Arbeit eignet sich für Babys, Kinder und für Erwachsene. Ausführliche Gespräche, spezifische Berührungsarten, Polarity-Yoga und die Ernährung nach den fünf Elementen Äther, Luft, Feuer, Wasser, Erde. Über diese Kontaktformen werden die Selbstwahrnehmung und die Selbstregulation gestärkt. Auch chronische Schmerzen können in einem anderen Zusammenhang gesehen und neu angegangen werden. Bei Schockerlebnissen und traumatischen Ereignissen kann unser Körper in einen Ausnahmezustand versetzt werden, sodass viele lebensnotwendige Reflexe unseres Nervensystems eingeschränkt oder blockiert werden. Dadurch entsteht oft ein Gefühl von Lähmung und Erstarrung. Wir müssen deshalb dem Nervensystem helfen, wieder zu seiner ganzen Spannbreite und Kraft zurückzufinden. Mit SI, Somatic Experiencing, gelingt dies auf eine sehr behutsame Weise. Massage ist die Sprache der Hände. Die medizinische, klassische Massage lindert Schmerzen, löst Verspannungen und aktiviert die Selbstheilungskräfte. Ein weiteres Spezialgebiet ist die Fussreflexzonentherapie nach Hanne-Marquardt, welche eine ganzheitliche Therapieform darstellt. Durch sie wird eine Verbesserung gestörter Organ- und Gewebefunktionen des Menschen erreicht und seelische Disharmonien in Einklang gebracht. Die Gemeinschaftspraxis in Talwil sorgt für neue, glückliche Aussichten. Gerne beraten und begleiten wir auch Sie. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.